Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Frau Abgeordneten Doktorin Rendi-Wagner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Versagen des Vertrauens der Bundes gegenüber der Bundesregierung und der Staatssekretärin gemäß Artikel 74 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 78 Absatz 2 des Bundesverfassungsgesetzes. Da zu einem solchen Beschluss des Nationalrates gemäß Absatz 2 der zitierten Verfassungsbestimmung die Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten erforderlich ist, stelle ich diese auch ausdrücklich fest. Ich bitte nun jene Damen und Herren, die für den entgegenständlichen Misstrauensantrag sich aussprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. Der gegenständliche Antrag ist somit angenommen. Damit hat der österreichische Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen versagt. Nach Zustellung des Beschlusses obliegt es nun nach unserer Bundesverfassung dem Herrn Bundespräsidenten eine einstweilige Bundesregierung mit der Fortführung der Verwaltung zu betrauen. Und ich erwähne noch einmal, dass durch die Beschlussfassung damit die Abstimmung über den anderen Misstrauensantrag auch entfällt. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag des Abgeordneten Noll, dem Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 773a der Abgeordneten Dr. Noll, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundesverfassungsgesetz geändert wird, eine Frist bis 11. Juni zu setzen. Wer spricht sich für diese Fristsetzung aus? Den bitte ich auch um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Es liegt mir nun ein schriftliches Verlangen von 20 Abgeordneten vor, die vorgesehene Fassung des amtlichen Protokolls hinsichtlich des Entschließungsantrags der Abgeordneten Doktorin Randy Wagner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Versagen des Vertrauens gegenüber der Bundesregierung und der Staatssekretärin zu verlesen, damit dieser Teil mit Schluss der Sitzung auch als genehmigt gilt. Ich komme zum Verlesen. Die Abgeordnete Randy Wagner, Kolleginnen und Kollegen, bringen den Entschließungsantrag Beilage C-1EA betreffend Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung und die Staatssekretärin ein. Abstimmung. Der Misstrauensantrag Beilage C-1EA wird bei Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten angenommen. Erheben sich Einwendungen gegen die Fassung oder den Inhalt dieses Teils des amtlichen Protokolls? Das ist nicht der Fall. Dieser Teil des gesamtlichen Protokolls gilt daher gemäß § 51 Absatz 6 der Geschäftsordnung mit Schluss dieser Sitzung als genehmigt. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 827a bis 857a eingebracht worden sind. Und die nächste Sitzung des Nationalrates, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen wird, berufe ich für 16 Uhr 18. Das ist gleich im Anschluss an diese Sitzung ein. Diese Sitzung ist geschlossen. Jetzt steht es fest, meine Damen und Herren. Sebastian Kurz und seine Minister sind Geschichte. 525 Tage ist diese Regierung im Amt gewesen. Also deutlich weniger als die zehn Jahre, auf die Kurz ein türkisblaues Projekt angelegt hat.